Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Essen und Trinken wird's Haus. Treffender könnte man die Floriani-Stuben in Pettenbach kaum beschreiben. Die Küche des gemütlichen Gasthauses setzt bewusst auf Regionalität und serviert traditionelle österreichische Gerichte in modernem Gewand. Das ganze Jahr über gibt es kulinarische Specials wie Fischgrillen, Wildwochen oder Steakabende. Im Sommer finden hier Partys mit Live-Musik am hauseigenen Pool sowie Schlager- und Oldies-Events statt, die stets für prächtige Stimmung sorgen. Nachdem sich Hochzeitspaare in der benachbarten Schlosskapelle das Ja-Wort gegeben haben, finden sie in der Floriani-Stuben die perfekte Location, um den schönsten Tag des Lebens gebührend zu zelebrieren. Natürlich steht ihnen das Restaurant mit großem Spielplatz auch für jede andere Veranstaltung wie Familien- und Weihnachtsfeiern zur Verfügung. Vollendeter Genuss im schönen Almtal hat einen Namen, die Floriani-Stuben. Mehr Infos gibt's auf www.florianistuben.at